Moin und herzlich willkommen zum Suchmaschinen Marketing MOOC. Mein Name ist Erik Horster. Ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten digitales Marketing und Tourismusmanagement. Sie können im Internet alles messen. Das Thema Big Data ist omnipräsent. Die Frage ist aber, wissen Sie auch, was Sie da messen? Und können Sie die Zahlen lesen? Wissen Sie, welche Kennwerte wirklich wichtig sind und welche eher irrelevant sind? Wissen Sie, welche Kennwerte zu Ihrem Unternehmen passen und wenn ja, auch in welcher Phase des Suchmaschinen Marketings welche Kennzahl relevant ist? Wenn nicht, dann nehme ich Sie mit in diesem Kapitel in die Welt der Kennzahlen und wir werden eben einzelne Kennzahlen hier uns anschauen, auch deren Verbindung und Sie können hinterher eben besser mit diesen Kennwerten arbeiten und machen so Big Data zu Smart Data.